Hallo Welt, da sind wir wieder! Und wir laden vorerst ein paar Sachen ab. Wir sind zu schwer, wir sind hier in Kingsport Leuchtturm, einer relativ neuen Siedlung. Und wir laden erstmal den gesamten Schrott hier ab. Wir sind dadurch schon um ein Vielfaches leichter. Als nächstes könnten wir hier die überflüssigen Waffen und Werkzeuge noch ablegen. Ich meine natürlich die überflüssigen Kleidungsstücke, die wir jetzt im Moment nicht brauchen. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Ja, wir haben hier einiges schon gesammelt. Mal sehen. Kochmütze. Werden wir uns erinnern, wo das alles liegt? Müssen wir wohl. Ja, das wär's auch schon. Wir können noch ein bisschen Nahrung hier ablegen. Fleisch vom Mischlingshund. Gemüsesuppe. Strahlung widerstehen. Ja, das ist doch ganz gut. Das brauchen wir aber bei der nächsten Mission nicht. Und Hundefutter in der Dose sowieso nicht. Maulwurfsrattenfleisch, so viel. 21. Yooka Cherry können wir auch hier reinlegen. Und den Stealth Boy können wir hier reinlegen. Stechflüglerfleisch brauchen wir nicht unterwegs. Wir müssen erstmal so leicht wie möglich werden. Blutpakete brauchen wir auch nicht unbedingt. Auch Buffout wiegt etwas. Also da können wir ruhig so 4 ablegen. Nehmen wir mal lieber 3 mit. Man weiß ja nie. Jet reicht auch, wenn wir da die Hälfte mitnehmen. Medics, so viele brauchen wir auch nicht. Die Hälfte reicht. Hier legen wir vielleicht nur 3 ab. Das nehmen wir ja doch mal ganz gerne unterwegs. Redics brauchen wir auch nicht so viel auf der nächsten Mission. Und Redaway auch nicht. Und Stimpex, die behalten wir mal bei. Ja, wir brauchen noch etwas Wasser. Und was haben wir für Waffen? Das scheint mir immer noch zu schwer zu sein. Achso, die beiden Waffen, die können wir noch zerlegen. Und wir suchen uns etwas Wasser. Das sollte aber hier drin sein. Und aufbereitetes Wasser. Richtig viel sogar. Ja, wir könnten ein bisschen was verkaufen. Die meisten Stände unserer Siedlungen sind ja schon, in die haben wir ja schon investiert. Deswegen haben wir da ziemlich viel was. Ziemlich viel Kronkorken haben die Händler dort. Und dieser Laden, diese Siedlung hat uns schon 200 Kronkorken eingebracht. Sehr schön. Ja, was will man eigentlich mehr? Was man mehr will, ist auf jeden Fall zum Beispiel... Oh, wir können wieder schlafen gehen. Das ist ja mal erfreulich. Moment. Hatte ich hier nicht Betten hingestellt? Betten. Betten, 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 Betten. Ich wollte ja mal ausprobieren, ob man diese Betten vielleicht übereinander stapeln kann. Aber ich glaube ja nicht, oder? Ich meine so Doppelbetten. So, wie nennt man die? Ah, das klappt nicht so gut. Das auch nicht. Hätte ja sein können. Okay. Egal. Wir haben ein Bett und können uns ausruhen. Und zwar so um die 8 Stunden könnten wir jetzt schlafen. Dann sollten die Geschäfte wieder geöffnet sein. Wir können uns die Siedlung nochmal bei Tage ansehen, ganz schnell. Wunderbar. Ohne Preston können wir uns auch gut ausruhen hier. Und da kommen schon die ganzen Siedler. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Okay, sie braucht einen Smoking. Und ja, von hier können wir gleich Kleidung kaufen. Vielleicht hat sie sogar schon einen Smoking für uns. Okay, sie hat schon die Kochmütze. Das ist gut, dass ihr das Reisen gefällt. Ich sucht hoffentlich keinen Ärger. Entschuldigung, nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Wunderbar. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Wunderbar. Einen Smoking hätten wir gerne. Aber wir nehmen auch diese Armee-Uniformen. Und die grauen Strickmützen eigentlich auch. Finde ich jetzt aber ein bisschen teuer gerade hier. Die Militäruniformen nehmen wir mit. Und sauberes Jeanskleid haben wir, glaube ich schon. Sauberes blaues Kleid nehmen wir auch mal mit. Für die Verkäufer. Verkäuferinnen meist. Kein Smoking. Also bleibt es dann erst mal so. Ja gut, dann kaufen wir das. Okay. Sehr gut. Scheint wirklich was zu werden. Du denkst doch nicht etwa daran, ins Wasser zu gehen, oder? Ach, Preston. Preston. Wo ist er denn? Ach hier, er hat seine... Er hat seine Powerrüstung diesmal nicht abgelegt. Sehr schön. Ja, und wir werden... Wir werden auf jeden Fall jetzt schnell reisen zu unserem nächsten Ziel. Zu der Aufgabe... Entführung bei Kinderkrippe Greentop. Dafür müssen wir... Äh... Nach Hub City. Autoverschrottung. Das war ziemlich haarig. Der Siedler, mit dem ich gesprochen habe, hat mir gesagt, wo ich das Entführungsopfer finde. Ich muss dorthin und sie retten. Rettesiedler aus Hub City. Autoverschrottung. Und das ist genau hier. Wir können nicht direkt davor, weil davor meistens irgendetwas los ist. Ich schlage vor, Saugus Ironworks ist abgeschlossen. Das war auch ziemlich übel dort. Dunwich Boras. Ja, ich denke, da können wir irgendwo verdeckt ankommen. Oder... Ach, das ist noch besser. Lönn-Pier-Parkplatz. Genau, da geht's jetzt hin. Das Gauss-Gewehr verwendet magnetische Induktion, um ein Projektil mit extrem hoher Geschwindigkeit abzufeuern. Jeder Schuss kann für maximale Schadenswirkung aufgeladen werden, indem du den Abzug für kurze Zeit gedrückt hältst, bevor du ihn loslässt, wahrscheinlich. Oha, was ist hier? Bitte. Ich muss mich erst mal darauf einstellen, auf dich. Okay. Wir sind hier keine großen Gegner mehr im Moment, wie es aussieht. Wir sind schon in der Nähe. Eigentlich müssten die alle tot sein. Wir haben ja Gunner getötet ohne Ende, aber da sieht man's. Oh. Das konnte Preston auch gut. Ach, was. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Das schafft sie ja wohl offentlig, oder? Hey, auf mich? Warum denn das? Au. Au. Was machst du? Ey. Lass mich. Ey. Halt, 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 halt. So schnell nicht. Nein, nein, nein. Erst mal eine Drohne nehmen. Und weg, springen. Springen. Er lehnt sich schon auf. Oh. Um die Ecke, um die Ecke. Und hier rein und da hoch. Ja. Sehr gut. Oh, lass dich nicht treffen hier. Ein Moment, ein Moment. Hey. Der spinnt ja wohl. Alles geht jetzt auf mich hier los. So geht's doch nicht. Hallo, hallo. Kannst du auch irgendwas? Hast du keinen Hammer dabei, oder was? Oh, sie ist schon tot. Oh nein, ich bin ja ein guter Beschützer. Oh mein Gott, nichts wie weg hier. Och, ich hör schon. Der Aggressotron lädt sich schon wieder auf. Ah. Nicht so gut. Können wir uns hier nicht verstecken? Ach, der ist doch blöd. Ich muss rennen. Und Stimpacken. Und wir brauchen eine bessere Waffe. Oh, 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 oh. Warum immer hier hoch eigentlich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier oben irgendwie sicher. Es ist immer so schönes Wetter hier. Können wir uns nicht verstecken vor dem? Bedrohung verloren. Aktiviere erweiterten Erkennungsmodus. Feindlicher Kämpfer erneut erpasst. Feuer frei. Feuer frei. Nein. Nicht auf mich. Ich möchte noch nicht sterben. Wir brauchen Preston und seinen Superhammer. Das ist doch unfair hier. Einen Moment. Nicht so schnell. Ich komme hier nicht. Oh nein. Schlecht Dauer zum Verstecken. Rennen. Lauf zu. Oh. Sie kann nicht mehr rennen. Auch das noch. Hier geht es ja ab. Nein. Lass mich. Kämpft gegeneinander. Kämpft gegeneinander. Aber lasst mich. Lasst mich in Ruhe. Da ist irgendetwas. Ein Schiff. Diese Aggressotrons. Die können doch bestimmt nicht schwimmen. Im verseuchten Wasser können wir das allerdings auch nicht so gut. So. Kommen sie denn noch? Oh. Ja okay. Die beiden bekämpfen sich erstmal. Ich glaube das war ein Meierlurk König der da vor uns aufgetaucht ist. Wir können auf jeden Fall schon mal speichern. Das heißt wenn Madame Curie jetzt tot ist. Ach. Das wäre natürlich sehr schade. Ja. Das ist ein heftiges Gefecht was die sich da liefern. Und ich bin natürlich schon neu. Oh. Das ist gut. Ich sollte den Typen nicht erschießen. Eher den Aggressotron. Das ist der größere Störfaktor. Das ist ein echtes Problem dieses Ding. Und die beiden sind Freunde was? Nochmal zweifacher Schaden für Schleichangriff. Aha. Den treffe ich aber da nicht. Der andere kommt auf mich zu oder? Okay. Wir gehen an Bord. Und. Oh nein. Wir sind total verstrahlt. Ach. Okay. Hier haben wir guten Schutz. Hier wird uns niemand erwischen. Hoffe ich zumindest. Aber es knallt und pengt hier überall. Wir sollten eine Etage höher. Dann könnten wir da oben rumlaufen besser. Und wir können uns hier drin sogar verbarrikadieren. Oh. Was ist denn hier passiert? Oh. Was geht denn da ab? Aha. Lass. Lass das. Die ist ganz neu. Hey. Genau. Hau lieber ab. Wie. Da ist ja noch einer. Noch so einer. Die können sich immer schnell bewegen. Die haben wahrscheinlich alle diese Körperteile an. Ups. Ich wollte den Roboter jetzt eigentlich aus der Ferne. Das ist gut. Sehr gut. Betroffen. Ja. Der kommt hier nicht rein. Roboter können doch nicht schwimmen, oder? Jawohl. Das war ein großes Problem. Zum ersten Mal, glaube ich. Oh. Was ist das? Irgendwo. Die werfen hier Granaten rein. Die sind ja nicht so nett. Da unten ist einer. Hey. Granate. Granate. Falsche Richtung. Oh nein. Stimpeg. Stimpeg. Ah. Ja. Es geht schon besser. Es geht schon besser. Wie können die mich hier treffen? Hier ist doch nichts. Wodurch sie schießen könnten. Außer diese Bull-Augen dort. Also drei sind jetzt hier. Ich verstehe. Vielleicht nehmen wir mal diese Waffe. Die macht nicht so viel Lärm. Und da rennt hier durch das verstrahlte Wasser so einfach. Ich dachte, die können das nicht. Naja, man lernt nie aus. Drei Leute. Ja, komm schon. Mit dem Tempo. Oh. Wehe, du wirfst was. Wehe, du wirfst. Ich werfe zurück. Okay. Aber es war doch schon mal was. Na, kommt schon. Ach so, legendärer Gunner ist das. Ist das schon mutiert oder? Dann laden die sich ja mal auf. Ach, so ein Mist. Zwei sind da unten. Oh, ich hab's gehört. Warum? Ich war das? Ach so. Moment mal. Das könnte ins Auge gehen. Das könnte übel enden für uns. Radio Freedom. Es ist 14 Uhr hier bei Radio Freedom. Alles ruhig. So wie wir es mögen. Passt auf euch auf, Leute. Komm, Korken, H-Klammer, Löscher, Saudis, Blaus, Kleid. Und eine Granate. Oh, was machen wir denn nun? Wir sollten hier schleunigst verschwinden, oder? Was war das? Irgendwas hat gezischt gerade. Das war wieder Verschwendung. Und ich glaube, das war unsere letzte Leuchtfackel. Oh, wir müssen hier weg. Da geht's los und wir sind tot. Ja, uns treffen sie gut. Lebe ich noch? Nein. Das war's. Wie hab ich das dann? Ach so. Das kann man auch noch mit... ASDF kann man das auch noch... Ey, 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 ey. Ach man, schon wieder dieser Mist. Das soll doch nämlich immer nach mir werfen. Ja, das ist das seltsame. Jetzt liegt man da ohne Bein. Na, wenn man's einmal nicht geschafft hat, dann wird das zweite und dritte Mal dann immer schwieriger, hab ich den Eindruck. Aber diesmal haben wir uns... Das Artillerie-Teil haben wir diesmal nicht vergeudet. Das ist ja schon mal ganz gut. Autsch. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Vielleicht sollten wir das Artillerie-Teil mal... Ach so, hier können wir sofort ein Stimp-Pack nehmen. E gedrückt. Und vielleicht sollten wir das mal nicht auswählen. So. Ach, wir haben sogar noch ein paar mehr davon. Okay. Ja, drei Stück. Das kann doch jetzt nicht sein. Ach, das hat doch gesessen. Der lässt sich treffen, absichtlich, damit er mutiert. Aber er hat sich nicht aufgeladen irgendwie, hab ich den Eindruck. Ha, in den Popo geschossen. Ich konnte nicht an, dass mein Tisch war zu Ende hier. Die können mich nicht sehen, weil ich getarnt bin wahrscheinlich. Ich schieße ihn in den Arm. In den Kopf. Okay. Einer weniger schon mal. Das ist doch sehr erfreulich. Die lassen sich jetzt einfach erschießen, was? Okay. Oh, er hat einen Stimp-Pack genommen. Er steigt seine Energie wieder. Warum hab ich so eine Patrone jetzt hinzugefügt? Wo hab ich die her? Wie geht das denn? Oh, Mama Mia. Ja. Wenn er da sitzen bleibt, ist das jetzt spannend? Oder? Dann sollte doch so ein Kopfschuss auch schneller gehen, wenn er so ruhig sitzt da. Na gut. Nur noch einer. Und der hockt da oben. Der Roboter ist aber ziemlich schnell hinüber. Was? Wo? Ach so. Mein Roboter. Madame Curie. Und? Oh yeah. Unaufhaltsam gehärtet. Kampfscharfschützengewehr. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Aktuelle Mods. Gehärteter Verschluss. Verlängerter Lauf. Vollständiger Kolben. Standard Magazin. Zielfeuer im Rohr. Keine Mündungsbremse. Schaden 41. 45er Patronen. Verschießtes. Feuerrate von 33. Reichweite von 203. Präzision 98. Gewicht 16,1. Und ein Wert von sagenhaften 486 Kronkorken. Das nehmen wir mit. Kronkorken hier. 308er Patronen. Und 45er Patronen. 5,56er Patronen. Splittergranate. Sturmgewehr. Und ganz viel Kampfrüstung. Und sogar noch ein Gunner Hanisch. Und er hier. Der hat auch Kampfrüstung für uns dabei. Sollte mal zwischenspeichern. Kronkorken auf jeden Fall. 308er Patrone. 5,56 Millimeter Patrone. Sturmgewehr. Kampfrüstung. Ganz viel. Und schmutzige Armeeuniform. Alles Sachen, die man gut brauchen kann. Dennoch müssen wir jetzt den Kerl da oben erwischen. Und wie kommen wir hier rauf? Indem wir hier irgendwo hochspringen. Ach, der ist irgendwo. Wo ist er denn? Da hinten ist ein Versorger von uns. Man erkennt ihn gleich an seiner blauen Postbotenuniform. Ist das... Nein. Ich bin an ihn dran. Macht es nicht kaputt. Genau. Das ist gewalttätig. Sehr gewalttätig. Und ich nehme die Kronkorken. Die 5 Millimeter Pistole. Und die Powerfaust. Kampfrüstung sowieso. Und die Militäruniform. Weißt du Bescheid? Madame Curie, bitte folgen Sie mir. In die nächste Folge werden wir sehen, dass wir... Wie rede ich denn eigentlich? In der nächsten Folge werden wir weiterhin versuchen, die Geisel zu befreien. Wir werden hier am Wasser entlang. Und den Aggressotron hoffentlich finden, um ihn zu plündern. Ich bin nicht sicher, ob diese Teile zum Beispiel einen Fusionskern dabei haben. Wir werden hoffentlich auch noch den toten Maiolurg König finden. Auch ihn werden wir versuchen zu plündern. Wenn wir jemals hier rüber springen können, der Aggressotron sollte eigentlich hier rumliegen. Da ist noch ein leuchtender Mangelurg. Das ist eine ziemlich fiese Sache. Madame Curie, kannst du wenigstens damit gut umgehen? Entschuldigung. Du machst das schon gut. Du machst deine Aufgabe sehr gut. Und ich springe hier vor die Basketball... Oh, das kriegt sie auch nicht so gut hin. Ach, komm schon! Fall einfach um! Oh! Nein, Moment mal! Der ist mutiert und hat jetzt wieder volle Energie. Das ist ja ziemlich übel. Da liegt der Aggressotron. Aber wir müssen wegrennen. Okay. Wir rennen und springen hier rüber. Und das schafft er nicht. Er kann nicht springen. Ha! Wir können das aber. Und? Was jetzt? Was hast du jetzt vor? Was willst du jetzt tun? Hm? Wie geht's jetzt weiter? Wir wechseln Waffe. Nein, das können wir nicht. Na, komm schon her. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Lass dich erschießen. Was ist denn mit dem Waffenwechsel jetzt? Genau. Wir springen hier rüber und erwischen so diesen Meier-Lock. Genau ins Gesicht. Ja, wir brauchen vielleicht doch eine andere Waffe. Ist die nicht auch gut gegen Meier-Lockst? Das ist, glaube ich, die falsche. Ähm, nehmen wir mal diese hier. Oh, die verfeuert ja ganz schön. Unsere Munition wird knapp mit dieser Waffe. Das macht ihnen überhaupt nichts. Wir brauchen eine andere Waffe. Das geht so nicht. Das bringt jetzt gar nichts. Okay, der Kopf, der Kopf, der Kopf. Oh, wir haben gar keine kritischen Treffer mehr. Zu vergeben. Guter Trick hier mit dem Zaun. Das wusste ich gar nicht. Das war es klar. Aber... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist so ein blöder Meier-Lock. Wieso ist denn das jetzt so schwer, den abzumurksen? Wir hatten doch sonst immer eine Waffe. Mit der hat das ganz gut geklappt. Wie jetzt wirklich? Den müssen wir jetzt auch nochmal... Naja, gut. Also hin. Und dann wissen wir ja jetzt, wo der Aggressor-Tron liegt. Der Kopf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Danach solltest du dir die Ende waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, Methoden zu hantieren. Oh, wie freundlich. Ja, äh, was machen wir jetzt? Nochmal gegen den Meier-Lock? Dann hat die Folge ja über Länge. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und... Ja. Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.